oh my god nice scheiße holy fucking shit man ich muss sterben man hat mich mal gespannt wie das knife in game aussieht okay die rausnehmen animation feiere ich jetzt irgendwie nicht so und den ersten stich drauf was und er denkt ich habe den titan holo auf der default awp das ist niemals der original der sieht geil aus aber ist nicht der original okay aber nein ist der scheiß man auf jeden fall so ich habe ja gerade das talon knife gezogen und habe dann geguckt was es auf dem markt wert ist und es ist noch gar nicht auf den markt aufgetaucht oder beziehungsweise gibt es noch keine preisentwicklung gibt es nicht deswegen habe ich jetzt einfach mal von 999 euro 90 reingeballert ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie viel ihr es reingesetzt hättet ich denke es wird so jetzt natürlich keiner kaufen aber wer weiß vielleicht ist der eine da der sagt okay ich brauche das jetzt weil es irgendwie das erste ist oder was weiß ich ja ich bin mal gespannt gibt auf jeden fall daumen hoch wenn er das video gefeiert habt by the way die awp wo ich auch das video dazu gemacht habt die habe ich auch für 200 euro verkauft weil da ja viele das problem hatten von wegen ja verkauft eh niemand für den art für den preis und haben dann auch in die kommentare geschrieben habe ich verkauft und ich sage jetzt mal vielleicht findet sich ja auch der eine der das sagt er braucht jetzt dieses knife ich kann es mir nicht vorstellen mir könnte man die kommentare schreiben wie viel ihr quasi jetzt für das reingesetzt hätte aber wenn es halt wirklich noch keins gibt ich habe eins gesehen auch in viel testet das mask sieht auch aus wie scheiße aber war für anderthalb tausend drin aber ich denke dass das schon relativ unrealistisch ist wenn ich das für den preis oder welchen preis ich das im endeffekt nach auch immer verkauft werde ich auf jeden fall mal dann noch in die video beschreibung reinpacken und die könnte mal die daumen drücken das ist für einen guten preis weg geht ansonsten sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal